In Sante, Griechenland, leben rund 400 Straßenhunde auf einer Müllhalde. Zwischen giftigen Abfällen, verseuchtem Wasser und Bergen von Müll suchen Hunde nach Fressbarem. Sie töten einander in Kämpfen um Nahrung, Welpen werden in der Müllpresse zerquetscht und ausgehungerte Hunde fressen aus Verzweiflung die Kadaver verstorbene Artgenossen. TierschützerInnen stehen am Rande der Verzweiflung und benötigen dringend Spenden, um diese Hunde retten und kastrieren zu können und so zukünftiges Leid zu verhindern. Werde aktiv, rette mit uns die Straßenhunde von Sante.